Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Battlefield 1 mit Martin, Basti, Felix und natürlich auch mit dabei, der Yannick. Moim. Nee, er ist nicht dabei. Aber er ist mit dem TS. Ja, aber er ist nicht dabei. Nö. Ja, aber er hat keine Kriterung, ich erinnere nichts. Ach stimmt. Aber er ist auch gemütet, genauso wie Theresa. Wow, wer ist denn Theresa? Wer ist das denn? Du bist ein Arschloch. Wo krieg ich denn hier ne Shotgun her? Wo kriegt man denn heutzutage ne Shotgun her? Ohne Spaß, diese Zugwaggons? Trenchgun, nice. Wir spielen auf jeden Fall Krieg im Ballsaal und da haben wir doch schon ihn gesehen. Das ist ja überhaupt nicht Melee, die Map hier. Habe ich aber die Medaille ausgewählt mit den Shotgun-Kills. Einfach mal Martin nachlaufen. Doch im Ballsaal kannst du übel machen. Da ist ja Ron Robert. Da ist ja dadurch, dass er fährt, treff ich gar nichts. Digga, schau dir den Panzer an, da hast du sogar ein Matscher, die geht nicht hin. Boah, Hannover ist doch scheiße jetzt. Ja, wie ist denn ausgegangen? Ich sehe gerade nur, dass es 5-1 steht, aber das ist halt gerade nur... Ey, es stand auch schon in der 38. Minute 5-1. Oh Mann, ich kann ja nicht fehlen. Die hast du gar nicht scheiße. Oh Mann, die ist gerade 53. Minute. Oh mein Gott. Ja, in der 38. ja schon 5-1. Oh oh. Ich hab mich verbissen. Da mach ich nicht mit. Was war denn mit Hannover los? Ich nehm mir so'n Slippi. Da hab mir ehrlich gesagt, was war mit Düsseldorf los. Ne, die erste Fall hat mir schon besser gefallen. So, go go. Ballsaal holen. Oh Gott. Bein da und weg machen die Leute. Ist Düsseldorf die noch 2. Liga? Ja. Glaub ich schon. Dann verlieren die so krass. Alter, der ist da oben in der Ecke. Ich glaub aber, der ist tot. Ja. Aber der hier nicht mehr lange. Okay, der wurde schon gut. Ui. Gas. Junge, ich sehe hier. Da ist ein Gegner gewesen. Oh Gott, der hat die Tank und der hätte gleich erstmal einen Triple gemacht. Neho. Was ist das für eine Fotze? Oh mein Gott. Muss das gepiept werden? Weiß ich nicht. Ne, ne? Hol dich, ich hol dich, ich hol dich. Da ist einer. Da ist einer bei mir mit der Shotgun oder so. Martin, du kannst das nächste Mal Dummkopf sagen. Dummkopf. Pussy. Hosa. Katze, ne? Oh mein Gott. Ja, manch. Die Granaten kämen. Da ist einer. Kannst du mich holen? Ne, ne? Ne, zwei Mal gerade. Oder? Schade, schade. Schoko und Lade. Nein, nicht da. Äh, markier mal C, Daniel. Hm? Ah. Jetzt haben wir gar nicht so viele Punkte auf der Map. Aber die ist doch sowieso schon so, ja fast weitläufig, würde ich sagen. Aber jetzt, wo man die Map schon so ein bisschen kennt, läuft das finde ich schon gar nicht. Ey, wie geil ist das denn, Mann? Die ganze Zeit wird hier rum geneift wie so'n König. Ja, ich wurde auch schon einmal geneift, das war mega unnötig. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Scheiß Tank, Alter. Außen zwei, einen hab ich nicht... Oh, 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 oh. Da rechts Felix, jawoll. Oben, Fenster. Die kommen hier rein gerade. Hallo. Alter, das Aim ist wieder auf. Wie macht ihr denn so viele Punkte? Ich verstehe es nicht. Wer? Ja, du! Reanimieren, töten und einnehmen. Hallo, kann mich mal bitte wiederholen? Ich bin auch tot, ich auch. Ey, nein, jetzt ist die 7er-Kartee wieder am Arsch. Ihr wächst mal. Meine gute alte 7er-Kartee. Ich höre nur Mii 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 Mii. Oh mein Gott. Die holen sich die... Was weißt du, wie oft ich Mii Mii gehört hab? Oh, das Spiel ist ja richtig. Oh, die Auflösung, Scheiße. Ja, weißt du, wie kacke das war? Komm, jetzt sollst du hier fest zu spielen. Ja komm her, üç schlitzig auf du Arsch. Ja komm her, Arschlo, komm her. Ey wo ist er. Was willst du. Amen! Wir sind Deutsche, wir müssen die Action bei Felix. Oh, was. Ey du Arsch. Ey du Arsch. Das ist ne Kanone. Gulasch-Kanone? Oh mein Gott, halt die Fresse. Habe ich hier gerade nicht ein Pferd langgerannt? Weiß ich nicht. Ja, da ist ein Pferd langgerannt. Gulasch-Kanone, war da nicht mal irgendwas? Ich weiß nicht mehr. Hatten wir irgendwas mal mit Gulasch-Kanone? Mit Bummel vielleicht? Weiß ich nicht. Ja, mit Bummel stimmt. Oh, ich wurde geschossen. Oh, er schoss. Ich wurde geschossen. 5 Meter entfernt. 6, 7, 3 Medics. Das ist ein Panzer. Ja, danke. I Bummel. I Bummel, you Bummel. RCS Bummel. I Bummel, you Bummel, RCS Bummel. Bummel. He is Bummeling. Schöne Grüße auf jeden Fall. Bummel. Ding. Auch weil er das hier nie gucken wird. Guter Boy. Gleich kommentiert er so. Oh, Mann. Oh, ich würde Gott schon mal draus fahren, das wäre nicht gut gewesen. Was wolltest du? War nichts. War nichts. Bei wem spawne ich denn am besten? Bei ThreadnL, ne? Irgendwie markiere ich die Punkte und renne hin, aber bevor ich da bin, sind alle angenommen und ich kriege keine Punkte. Das ist fast schiefgegangen. Und das geht noch schief. Pass mal auf. Oh, ich war's für dich. Gas, Gas, Gas. Hier. Jungs, Gas geben. Machen wir. Wer schmeißt denn hier so eine Kack-Gas-Garnate hin? Ist so. Komm, auf zu B. Punkte holen. Komm, der Set. Ich bin gestorben. Felix hinter dir. Danke. Komm. Ey, nicht vorbei rennen. Nicht vorbei rennen. Ja, 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 ja. Felix, du hast mich wiederbelebt. Da bist du gerade auf 11 Meter Abstand von mir weggerannt. Das war einfach ein Bug. Mal die linke Seite von dir. Irgendjemand Seite von mir, was, wo? Alter, bin ich ja auch. Sehe ich nicht. Hier ist keiner. Erstmal flankieren die Jungs. Ich habe nur eine Shotgun. Oye. Doch, da ist er noch Markier. Oh, Jungs, ich bin da. Dieses Gas macht so viel Schaden. Das habe ich gerade noch mega unterschätzt. Tot. Felix. Oh, scheiße. Ja, komme. Ich habe das Gas nämlich mega unterschätzt. Dadurch bin ich dadurch auch gestorben. Ja, am Anfang hat das jeder unterschätzt. Deswegen konnte man auch... Wer ist tot? Didi. Tod, scheiße. Ah, krieg dich nicht. Äh, die kommen auf... Die kommen... Pferdchen! Alter, das lieben so viele Leute. Da, wo das fährt, weil du das gesagt hast, war auch noch wer, ja. Ich muss gleich mal wieder aufhören, Sanität zu spielen. Loll, wie? Loll, der hat alle gemacht hier. So viele Sniper hier, Alter. Regt mich richtig auf. Hey, Wongi, die, die ist in der Nähe. Ja, ich hole dich. Nee, der, er hockt da. Okay, ich habe den, ich hole dich noch. Hier. Lass mal ein bisschen defensiver jetzt auf B spielen. Die kommen nämlich alle jetzt. Ich will ja nicht sagen, ich habe keine Mutti mehr. Doch, zwei Schuss, okay. Hau, Basti. Du Schlachtrufer, du hier. Hier, er ist selten. Oh mein Gott! Didi hol mich mal bitte. Mörser! Wo bist du? Didi, mich auch. Ach, hier ist noch einer. Da noch. Da ist irgendwo ein Sniper. Einer von euch, hä, mich? Ich habe alle geholt. Und noch einer. Du bist verletzt, ich kann dir helfen. Es war einfach ein Scheiß-Bogio. Ich komme aber auch nicht dazu, mein Flachkampf erwechselt, weil ich immer wieder holte. Lass mal C holen, lass mal C und lass uns nicht da jetzt... Ja, bei C kann ich wenigstens was reißen. Stimmt, das ist gut, ja. Okay, das war gerade nicht schlecht gerade, die Aktionen alle. Aber Revival macht mir gerade wieder mega Spaß, das alles wiederzuleben und so weiter. Trotzdem will ich, ich will nicht in mein M4-16 trott, wo ich 200 Folgen das gleiche Spiel verfallen. Deswegen werde ich, denke ich, gleich mal Supporter spielen. Alter, das fährt aber, aber gut eingesteckt, doch. Aua, aua, aua! So, da hat er wieder gesetzelt. Gut eingesteckt, doch. Wuh! Sollt mich mal wer. Ja! Easy! 3, 2, 1. Hallo, ich brauche Medi. Gib mal Medi, ihr! Gib mal Medi! Oh, da liegt Medi! Flo, ich kann die alle wiederholen. 1, 2, 3! Danke! Ja. 250 Punkte, einfach nur weil ihr scheiße seid. Oh, Alter! 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 Felix! Das ist wieder B! Der ist hier unten schon! Schon! Oh mein Gott, Hilfe! Ich muss mich noch an die Ansicht, wenn man wen killt gewöhnt mit diesem roten Hitmarker. Weil ich manchmal gar nicht realisiere, dass ich gewöhne, glaube ich. Da hast ein Panzer, die willst du das wirklich riskieren? Ne, ich wäre doch schon geschossen. Die kommen da aus dem Haus raus jetzt, ne? Die haben uns überrannt in dem Haus, die Jungs. Okay, ich wollte wechseln. Nies in der Burg. Wecken euch jetzt im Garten, ne? Das war relativ unnötig, da hast du schon recht. Grüner Daumen. Die haben uns echt überrannt. 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 Überrannt, Junge. Hinter mir ist ein Panzer! Wo kommt ihr denn her? Da knattert ein Panzer lang weiter. Doch, bei mir, bei mir. Ihr kommt alle zu mir jetzt. Jawoll, jawoll. Schön, 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 schön. Die sind hier direkt. Ich dachte, er hat ein Panzer direkt, ne? Wo direkt? Ein Panzer! Guck mal, warum bin ich hier gespawnt? Oh, weg! Warum bin ich hier gespawnt? Warum? Der ist weg! Ne, ist er gar nicht. Der ist weg. Da ist ein Panzer, wie soll ich euch wieder... Oh, da ist er immer noch. Oh, da kommen zwei Leute! Der Panzer hat nicht weg. Ach ne, die schießen auf die, ne? Die sind... Oh, Mann! Oh, nein! Kann mich mehr holen? Das war nicht gut für die Kette. Oh, der Panzer hat kriege ich auf. Lass mal von D-Richtung C rennen, da ist grad Kolonne von uns. Von D-Richtung C. Und da ist der Panzer nicht. Kolonne? Also, ich bin wahr! Das ist mein ganzes Team, Alter! Ja, die blauen Punkte sind geil! Oh, dieser Panther! Lass uns alle weg, Alter! Nein, ich kann nicht mehr! Auf der Drücke, der wurde Eiskel weggesnipht! Scheiße! Oh Mann, ey! Ey, manchmal geht dieses Wiederbelebensymbol weg, kurz bevor ich darf. Weiß denn das auch so? Dann haben die übersprungen gedrückt, ne? Ja. Ja, selbst schuld, Alter! Erstmal C einnehmen, Gesundheit auf jeden Fall und Prost und alles, was dazu gehört. Mahlzeit! Gönn sie sich! Digga, wie kann unser ganzes Team einfach hier nach C gerannt sein? Das ist ja unglaublich! Ist so, diese ganzen blauen Punkte! Aber dafür nehmen wir das auch ein, weil dann müssen wir jetzt die anderen Punkte halten, weiterspielen und... Wir liegen ja zurück! Dann drehen wir noch! Dann ist aber sowas voll! Aber nur, aber nur, wenn wir gleich Zeppelin haben, Alter! Das Luftschiff! Alter! Wenn ich gegen Türflüge gehe... Mates, wir brauchen das Luftschiff! Kurva! Jungs, kann mich hier holen? Diddy! Ne, Felix! Ja, 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 ja! Einer von euch sind hier. Da ist aber noch ein Dude, der ist da unten, heißt. Ja, whatever! Oh, wir werden uns kurz beschossen! Kommt rein, kommt rein, kommt rein! What?! Yo, was?! Yo, Felix kannst du... Warte, der ist so nervig, ne? Vor allem durch die Wand so... Wir sind wirklich am durchdringen gerade, Alter! Ja, Felix, ja! Oh, danke! Bleib unten, bleib unten! Der ist hier oben! Ja, tot! Das ist ein Typ! Basti! Der hat 28 HP! An meiner Leiche jetzt? Ah, das war chaotisch! Öhn! Oh mein Gott! Jetzt kannst du... Ja, dieser... Oh, Diddy, Diddy, Diddy! Ja, ja! Ich steh doch direkt da! Holt mich, holt mich, holt! Oh, die ist er da! Ich muss hier das gehen! Oh mein Gott! Du gehst zu langsam, ey! Leute! Okay, der kam quasi tot zu mir reingelaufen, weil ich vorher verkackt habe. Alter! Wieder der Panzer! Kann nicht wer? Alter! Alter! Ich seh nicht, wo du liegst! Da hinten! Ja, Basti kommt! Basti kommt! Ja, ich kann dich holen! Ja, ja, ja! Oh, vielen Dank! Aber pass auf! Der Panzer schießt hier durch wie sonst was! Mit dem Stück keine Wand! Alter! Noch jemand! Der ist für Hilfe! Panzer auch hier! Dreck bei C drauf! Warum haben die denn zwei Panzer? Da hat sich aber jemand von uns was snacken lassen! Lass mal D! Die nehmen uns D bei uns Richtung Spawn weg! Hör mal das Ziel! Und der Panzer kommt zu C! Ja, scheiße! LOL! Was?! Oh, da hinten ist... Da ist kein Sniper! Der Panzer bei C ist echt scheiße! Ich bin gefühlt der Einzige hier! So, ich nehme jetzt wieder meine Haare! Ich bin nur noch vorbeizukommen gerade! Ich kann nichts mehr wiederbeleben! Ich wiederhole! Oho! Philipp Lahm macht ein Tor! Ich glaub's nicht! Ich spiele Deutschland? Äh, 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 nöööö! Also sogar ein ziemlich schönes Tor im Sniper! In der Zukunft oder was? Nö, DFB-Pokal! Bist du übertragen? Ja... auf dem ersten! Also es war echt ein schönes Tor im Sniper! Didi, rush ihn jetzt, los! Oh, getroffen, der kommt, Half-Life. Der steht hier vorne. Einfach weggeheht, Alter. Von hinten auch. Scheiße, von wo das denn? Von C, auf dem Dach von C. Ich hole dich, ich hole dich. Nee, da sind drei Leute oben drauf. Felix, drei Leute, wenn du jetzt zu C hochguckst. Na ja, fährt. Achso, das war ein Gegner. Ach, da oben! Ja, da wusste ich gleich, dass man noch drauf kann. Die sind wahrscheinlich da drauf gesprungen, ne? Ja, ich geh jetzt auch mal Supporter. Oh, das ist kein schlechter Spawner, um da oben mal hinzugucken. Was ist die Spawn bei dir? Aber man kann wieder nicht durchs Geländer schießen, wa? Ja. Ah, ist doch low. Die haben da oben die OP-Position. Oh, bei D? Das ist ein Tank, das ist ein Tank bei D. Läu, von dem da oben. Da wurde ich noch geblockt beim Wegrennen. Oh Mann! Jaja, überlebt. Oh Mann! Oh mein Gott, schnell! Nein! Ich hab's grad noch überm Busch geschafft. Ja, ich hab den auch verwundet. Was ist die? Ja, warte, nee, der Typ hält mich auch unter Feuer gerade. Der ist grad... Ich hab jetzt was gegen Tanks und so. Oh Gott, das sind ganz viele. Das ist ein Tank! Das ist ein Tank! Hier, kommt ihr hierher? Oh mein, ich kann die gar nicht holen, Martin, Alter. Da waren gerade so viele, ja, ja. Ich hab keinen von denen geholt. Ich spawn bei dir die. Da bin ich schon auch noch ein Tank, wir waren komplett gebupst. Sag mal, wenn ihr durch das Tor hier kommt, ich hab hier drei Minen. Hier kommt keiner durch. Hier kommt keiner durch. Oh mein Gott, wir rufen da eine Granate! Ich hab 9 HP. Ja, damit sind meine Minen nicht weg. Bei C sind hier voll kein Medic mehr. Ich bin jetzt Assault. Alter, die waren ja... Leute! Wie ist denn da oben auf Sachen gekommen? Wir haben jetzt 1.000 Leute für die Kakerlaken, Alter. Wieder tot der schwere Panzer. Ey, das vermacht doch alles. Ey, jetzt haben wir wieder keine Punkte. Auf die KD und so. KD ist scheißegal, Mann. Ja, das ist ein guter Punkt. Die ist echt scheißegal. Das Einzige, was jetzt zählt, sind Punkte pro Minute und Kills pro Minute. Und Flaggen, die man hoffentlich jetzt einnimmt. Ne, das sag ich nicht. Weiß nicht, wo ich spawnen soll. Ja, doch, wenn wir gewinnen wollen, klar. So, der kann mich verholen? Ich warte, dass wir C einen nehmen, aber wir nehmen C nicht ein. Die nehmen das wieder zurück. Da ist einer grad auf C, der läuft da rum. Dann kommen das ganze Team, rennt jetzt zu D, dann machen wir das der Reihe nach. Da kennt sich nur grad einer bei C hin, der blöde Wichser. Der ist tot, weiß nicht, der ist tot. Nein, da ist noch einer. Der wurde ja grad von mir... Ich bin ja durch ihn gestorben.